Wir haben sie gleich eingeholt, Sir. In weniger als einer Minute gehört Lohnstar uns. Sehr schön. Fertigmachen zum Angriff. Fertigmachen zum Angriff! Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Was ist denn jetzt wieder? Wo sind die hin? Keine Ahnung, Sir. Anscheinend haben die Hyperkraft in dem Ding. Und womit fliegen wir? Etwa mit Stadtgas? Nein, Sir. Da nichts wie hinterherlos ergreift sie. Ja, Sir. Schiff vorbereiten für Lichtgeschwindigkeit. Nein, Lichtgeschwindigkeit ist nicht schnell genug. Was? Nicht schnell genug? Ja, wir müssen sofort umschalten auf wahnsinnige Geschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit? Sir, so schnell sind wir noch nie geflogen, ob das Schiff das aushält. Was ist mit Ihnen, Colonel Sandford? Haben Sie Schiss? Schiff vorbereiten! Schiff vorbereiten für wahnsinnige Geschwindigkeit. Alle Mann einschnallen, alle Ein- und Ausgänge verschließen. Stellen Sie sicher, dass alle Geschäfte im Einkaufszentrum geschlossen sind. Und auch alle Käfige im Zoo. Geben Sie mir das Ding, Sie jämmerlichen Napsünze. Jetzt hört mal alle her! Wahnsinnige Geschwindigkeit! Sir, wie wäre es, wenn Sie sich auch anschnallen würden? Ach was, anschnallen? Wahnsinnige Geschwindigkeit! Und los! Nichtgeschwindigkeit! Lächerliche Geschwindigkeit! Wahnsinnige Geschwindigkeit! Was ist denn da vorbeigerauscht? Spaceball 1 war das. Sind die denn total blöd? Die sind vorbeigerauscht! Staubt die Kiste! Wir können nicht einfach anhalten! Das ist zu gefährlich! Wir müssen erst langsamer werden! Ach, Blödsinn! Halten Sie sofort das Ding an! Das ist ein Befehl! Anhalten! Das ist wohl nie nach der Notwerte! Und... Guck, guck, hier bin ich. Darf ich Ihnen behilflich sein, Sir? Geht es Ihnen gut, Sir? Bestens. Wie ist es Ihnen ergangen? Ausgezeichnet, Sir. Schön. Sehr klug von Ihnen, diesen Helm zu tragen. Ja? Was sollen wir jetzt tun, Sir? Zunächst mal... Haben wir den angehalten? Wir rühren uns nicht von der Stelle. Wie schön. Dann machen wir jetzt noch fünf Minuten Pause. Eine gute Idee, Sir. Sie dürfen auch rauchen.